hallo ihr lieben liebe grüße aus hamburg und schön dass du wieder dabei bist mein name ist jenny siering ich bin energy healer soul coach und yogalehrerin und du hörst heute deinen herzzeit podcast zu deinem glück und zu deinem herzen und in der heutigen folge möchte ich auf mein buch zu sprechen kommen energy high ein leben ohne ausbrennen und in diesem buch bekommst du tools an die hand die mir geholfen haben wieder in meine energie zu kommen denn ende 20 sah es bei mir energetisch nicht so gut aus und ich habe mich auf die reise gemacht wie ich meine energie wieder finden kann und bin dort auf den weg des energy healers gekommen des coachings des yogas und auch natürlich ganz viele andere themen sind dort aufgekommen ich habe mich sehr viel mit der persönlichkeitsentwicklung beschäftigt und mache das jetzt schon ja über sieben jahre und dieses jahr ist mein erstes buch sozusagen fast rausgekommen denn es kann jetzt in einem crowdfunding gekauft werden und da kriegst du auch alles in meine show notes oder du gehst einfach auf www.startnext.com slash energy high und da kannst du dieses buch nur noch bis zum zweiten zwölften kaufen weil danach gehe ich in den mutterschutz und dann ist es nicht mehr möglich das buch erst mal zu kaufen muss dann schauen wie es wie ich es vertreibe und ich darf halt am anfang nicht so viel geld verdienen denn ich möchte mich gerne über mein mann versichern und möchte für das baby da sein deswegen wird das buch jetzt über dieses crowdfunding bei startnext realisiert und wir haben das erste founding ziel schon erreicht die 3000 euro das heißt das buch wird auf jeden fall gedruckt und wenn du es jetzt vorbestellen oder bestellen möchtest dann kannst du das über den link in die show notes bei startnext slash energy high machen und was ich jetzt die nächsten wochen gerne machen möchte bis das founding zu ende ist dass ich dir immer mal eine lektion vorlese damit du überhaupt weißt worauf du dich einlässt und in diesem buch geht es nicht nur um diese eine lektion oder das was ich dir gleich vorlese denn das ist ein potpourri von vielen was in diesem buch für dich enthalten ist es sind zum beispiel sachen dort enthalten wie selbstliebe abgrenzung nein sagen was gibt dir energie was nimmt die energie deine gedanken haben macht dankbarkeit vergebung vergleichen was ist energie überhaupt wie halte ich meine energie was ist ein energiesystem wie kann ich meine energie durch ernährung durch bewegung und durch atmung halten was sind unsere zyklen wie kann ich da mehr auf mich achten leben in fülle ich möchte dass du nach diesem buch nicht nur in deiner energie bist sondern auch dein leben in fülle siehst und es wird viele übungen geben es wird meditation und soul reisen geben es wird aber auch einfach nur input geben dass dein kopf etwas zu verarbeiten hat und vielleicht die welt ein bisschen anders sieht genau das möchte ich heute mit dem machen ich möchte dir eine lektion aus dem buch vorlesen und du weißt ich spreche sonst immer sehr frei diesen podcast ein aber diesmal ist es sozusagen ein höher buch dass du eine lektion hören kannst die ich in diesem buch veröffentlichen werde und es ist eine lektion die einfach nur einen input hat und da wollen wir auch gleich mal an die lektion ist energy high lektion 15 sie keine voreiligen schlüsse über dich und andere jeder von uns hat schon ein gewisses alter erreicht und somit seine eigenen kleine welt konzipiert wir haben dinge und in uns abgespeichert und ein gewisses konzept von der welt in uns erschaffen dieses konstrukt von uns selbst und von unserer umgebung macht dass wir oft voreilige schlüsse ziehen wenn eine bestimmte situation geschieht gehen unsere schubladen im kopf auf und wir bewerten diese situation und bilden uns eine meinung darüber doch wie wäre es wenn du die welt ganz neu entdecken könntest ohne deine alten konzepte ohne deine schubladen wenn du dadurch auch dich neu ganz erfinden darfst durch das konzept keine vor einigen schlüsse zu ziehen wird dir eine völlig neue perspektive gezeigt und du kannst deine welt neu und viel positiver entdecken unser menschlicher geist bringt uns oft dazu dinge falsch zu interpretieren oder missverständlich zu verstehen wir sehen nur das was wir sehen wollen und hören nur das was wir hören wollen wir nehmen dinge nicht wahr wie sie wirklich sind sondern so wie wir sie in unserem konzept im kopf haben bei menschlichen beziehungen von annahmen auszugehen oder voreilige schlüsse zu ziehen bedeutet dass wir uns einige probleme aufhalten wir gehen vielleicht davon aus dass unser partner weiß was wir denken oder was wir brauchen und zwar ohne dass wir es ihm sagen müssen wir nehmen an er oder sie kennt uns ja gut dann müsste er und sie ja wohl auch erkennen was ich brauche genauso kann es in einer ehe ablaufen die frau hat eine gewisse vorstellung davon wie eine ehe ablaufen und er hat sein eigenes konzept wenn die beiden ihr konzept nicht austauschen und schauen was für beide passt wird es auch hier einige probleme in der ehe geben es wird also zeit dass wir anfangen über unsere wünsche zu sprechen um missverständnisse aus dem weg zu kommen bei jeder beziehung die wir führen haben wir annahmen dass andere schon wissen müssen was wir denken wir gehen von der annahme aus dass alle anderen das leben auf die gleiche weise sehen wie wir genauso gut können wir aber auch sehr gut voreilige schlüsse über uns selber ziehen wie zum beispiel ich kann dieses oder jenes nicht oder ich kann dieses oder jenes auf jeden fall wir überschätzen oder unterschätzen uns häufig da auch hier unser konzept von uns wieder unbewusst abläuft wir können menschen schon bei dem ersten blick in schubladen schieben die ist ganz schön dick die scheint nicht viel von sich zu halten mit der möchte ich lieber nichts zu tun haben er trägt eine brille er scheint ganz schön schlau zu sein da kann ich nicht mithalten sie ist aber schön viel schöner als ich mit ihr werde ich nie ins gespräch kommen das alles sind voreilige schlüsse wenn wir uns öffnen menschen und uns selbst nicht gleich in ein konzept unserer eigenen welt pressen können wir ganz andere begegnungen in unserem leben ziehen begegnungen die uns bereichern gespräche die uns weiter bringen was können wir tun um eine bessere beziehung zu uns und anderen zu kultivieren erstens dürfen wir erkennen wenn wir voreilige schlüsse über uns oder andere ziehen wenn unsere schubladen zu uns selbst oder andere menschen wieder aufgehen sollten wir dieses wahrnehmen und bewusst schauen ob wir diese schublade aufmachen wollen wir sollten uns fragen lass ich mein herz offen für eine neue sichtweise ja wir dürfen dieses konzept fallen lassen und uns öffnen für neues gut ist es wenn wir unserem gegenüber fragen stellen fragen wer diese person ist fragen was diese person erlebt hat und was diese person benötigt fragen wie sich die menschen ihre welt zusammengestellt haben halte dein geist offen für neue konzepte sprechen über deine gefühle und öffne dich person denn sie können nicht wissen wie es in dir aussieht und was dich zu dem gemacht hat der du jetzt gerade bist vor allem öffne dich für neue sichtweisen die dich selbst betreffen wenn du glaubst du bist nicht schlau genug nicht hübsch genug nicht mutig genug nicht schlau genug dann lasse diese konzepte fallen und erlebe dass du alles kannst wenn du keine voreiligen schlüsse triffst so ich hoffe dass dir das vorlesen auch gefallen hat das war jetzt zum beispiel im energy high buch die lektion 15 und du bekommst in diesem buch 77 lektionen manche mit übungen manche nur input und manche mit soul reisen oder meditation wenn dir das gefällt dann hol dir das buch noch bis zum zweiten zwölften bei www.startnext.com slash energy high alles schreibe ich auch noch in die show notes und dann gucke ich mal wo ich es sonst vertreiben kann wenn ich aus dem mutterschutz wieder raus bin aber es wird mindestens ein halbes jahr bis jahr dauern also wenn du im januar dieses buch in den händen halten möchtest und damit arbeiten möchtest mehr zu dir kommen möchtest mehr in deine energie in deine kraft und in die fülle deines leben gehen möchtest dann hol dir das buch jetzt ich bin so glücklich dass ich das geschrieben habe das war nicht wirklich leicht für mich denn ich habe eine kleine rechtschreibschwäche und habe mir gedacht warum sollte ich ein buch schreiben aber es war wichtig dass ich es schreibe weil es sind alles die themen die ich gerne gewusst hätte wie ich in dem weg angefangen habe meine energie wieder zu finden und ich habe wirklich durch viele bücher durch viele seminare auch durch selber dass ich in meditation saß diese lektion für mich gefunden die mich immer wieder in meine kraft bringen die mich immer wieder auch in die mitte bringen deswegen möchte ich einfach dass du ein tolleres und bewussteres leben führen darfst mit diesem buch und es vielleicht auch nachdem du es einmal ganz durchgearbeitet oder durchgelesen hast du müssen lektion es ist alles leicht zu verstehen meine lektorin meint auch denn du hast sehr sehr bildlich geschrieben man kann es sehr gut verstehen und sie selber ist überhaupt nicht in diesem bereich der spiritualität der persönlichkeitsentwicklung unterwegs und auch bei ihr hat es schon ganz schön viel gemacht wird geschrieben sie musste einiges mal überdenken und genau das möchte ich möchte dich mehr zu deinem kern führen mit diesem buch und mehr möchte ich jetzt gar nicht sagen ich hoffe du hast einen großartigen tag mein licht grüß dein licht deine jenny namaste mein licht der jenny namaste mein licht die scharfe mein licht